Hey, Donnett und YouTube zeig mal! Einbruch! Baum, 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 baum. Gut, ich hab nen Schlüssel, also. Er war jetzt nicht so, also. Gut, ich meine, es war jetzt nicht so James Bond. Wenn ich meine Wohnung aufmachen würde. Was ist denn hier los? Was ist denn? Moment, 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 Moment! Ich hab nen Hammer! Da siehst du's! Oh, schau, wir standen! Woah! Oh, shit! Gott! Börst den Augen! Steam Overlay! Betrug! Äh... Ja? Warum nicht? Warum nicht? Komm schon! Na, Mire! Was ist los? Uhuhuhu! Ja, so sieht's aus! Soviel zum Thema Unentdeckt bleiben! Eben, jetzt durch! I don't care! Bier wär nicht schlecht! Okay, Dietrich! Danke! 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 Ring des starken, festen Griffes! Beidhändige Angriffe verursachen! 25% höher... Hab ich das? Lass mich hier mal überlegen... Hab ich... ... 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 20 Prozent ist 25 Prozent. Ah, okay. Was ist mit dir, mein Freund? Blitzresistenz. Oh. Ist ja nicht so, als würde ich hier... Okay. Ich muss das mal kurz anziehen. Wo sind die Beweise? Die fünf fernen Sterne. Aha. 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 So, ich hab keine Ahnung. Ich setze mal runter. Jeder hat gesehen, dass es Notwehr war. Okay. Oh. Gib sie mir. Tarnung. Was haben wir noch, meine Freunde? Oho. Hallo, was ist denn? Also. Pff, gewöhnlich. Gewöhnlich. Hat schon viele hier. Ah, nach diesem... Kurzen Cut. Glaubst du, ich hab diesen Tresor gesehen für 10 Minuten? Nein, natürlich nicht. Okay, hier. Dankeschön. Danke, danke. Ah, okay. Das war ein Beweismittel. Wunderbar. Rubin. Wurscht. Komm, verpiesel dich. Wurscht. Habe ich schon 10 Mal. Wuck, weg hier. Halleluja. Das ist das blöde Tresor-Ding. Okay. Box. Veteratia. Ich glaube, dass wir in wenigen Tagen bereit sein werden. Unseren da. Was? Aschbach. Hoppen am Tag und Nacht trainiert. Und sind bereit, zuzuschlagen. Sobald wir ihnen das Zeichen dafür geben. Wart mal. Blöde Tresor-Ding. Ah, nja. 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 Okay. Wunderbar. Raus, Sion. Überbringen wir die gute oder eigentlich schlechte Nachricht? Grüß in die Belohnung und danke. Tschüss. Beziehungsweise auf zur nächsten. Du gehst immer hier, wenn ich hier gehe, oder? Das ist verwunderlich. Ziemlich sicher einfach. Ja. Loading Screen. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Du kannst gar nichts für mich tun. Dann, du. Habt ihr auf dem Severin-Anwesen Beweise gefunden? Na lass, was glaubst du denn? Dann haben wir sie endlich. Nein, jetzt nicht. Jetzt müssen wir sie nur noch schnappen und ihre gerechten Strafe zuführen. Mhm. Ich mache mir Sorgen um uns zu verraten. Gut. Ich werde zwei der besten Mitglieder der Redoran-Wache auf sie ansetzen. Helft ihnen auf jede nur andenkliche Weise. Wir versuchen den Ernteertrag zu steigern. Das würde ich euch raten. Von diesen Verrätern darf keiner entkommen. Ganze zwei Leute. Die Aschenbrachen zieht der Lees schon seit langer Zeit verlassen. Seid auf alles vorbereitet. Ja, ja. Ganze zwei Leute zur Unterstützung. Ich weiß, wer die Hauptarbeit machen muss. Der Schinken. Okay. Nein. Quatsch. Mepowitsch. Wow. Wow. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das wäre ein Hardsch gewesen. Loading Screen. Loading Screen. Ich komme. Der Retternaht. Wo sind sie? Habt ihr auch die Schnellreise? Wo sind sie? Hier. Ich wusste es. Was ist denn? Was ist... Was... Was wusstest du denn? Voll daneben. Voll daneben. Na komm, nochmal. Hopp. So geht das. Na? Und nochmal. Oh. Tut das weh? Oh ja. Brutzlaut. Oh. Auf. Hahaha. Oh ja. Was? Oh. Gott. Greif an. Perfekt. Gemacht. Oh mein Gott. Der hat überhaupt keine Waffe jetzt dabei. Oder was? Okay. Das sieht aber gut aus, was du anhast. Oder? Naja. 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 Ja. Nee. Doch nicht. Okay. Gib mir die Gold. Ja. Wir sind Freunde. Abgeschlossen. Okay. War das die Beste? Dingwache? Super. Also bin ich alleine. Ah. Halleluja, du. Das war ja sowas von klar. Ah. Moment. Da waren noch zwei. Zwei sind am besten Männer verloren. Ganz zwei Stück. Naja. Was war das? Was ist denn? Also. Was macht ihr denn? Ich kenne den Weg. Okay. Wow. Du hast so zarte Hände. Alter. Da möchte ich keine Massage bekommen. Oder vielleicht doch. Aber ohne die Lichter. Okay. Okay. Was? Ich seh mich hier noch oben. Was? Was? Was ist das? Gesegnet. Hier ist nix. Also ihr seid beschäftigt. Hopp. Dann neben. Ich kann das auch. Ohohohoho. Burn, mother fucker. Mehr habt ihr nicht drauf? Da geht schon noch was. Da geht schon noch was. Geht noch was. Genug. Mach das Tor auf, damit wir kämpfen können. Gute. Hier. Ich hab die Zugkette aktiviert. Haha. Blitztreffer. Glückstreffer. War das auch? Hey, hey, hey. Hey, hey. Oh, meine Energie. Jesus Christ. Ich hab nirgends mal gespeichert, oder? Nein, natürlich. Der nächste Bidee. Hey. Der Pfeiler hat aber ganz schön gesetzt. Hahaha. Wer hat mich hier geschlagen? Wer von euch zwei? Ich hab übrigens, äh, ne... Au. Ne Kette aktiviert. Kann ich hier vorbei? Ach, hier ist. Oh, ne Bärenfalle. Okay. Das tat wahrscheinlich so weh. Nicht der Pfeil an sich. Okay, wer will. Äh, das war... Hier. Schnell durch. Ich weiß nicht, warum, aber... Okay. Mach jetzt kein Quatsch. Serana. Oh. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, my God. Oh, my God. Jesus Christ. Passt mal gut auf, Mädels. Ich... Wo ist die Kette dafür? Äh, He... Hebel. Wow. Serana. Warte mal kurz. Ich brauche hier... Oh, my God. Wartet, bleibt mal kurz stehen. Hier muss irgendwo eine Kette sein. Das war ich. Geh dich zu. Das gebe ich zu. Hier. Hopp. Easy. Das war nicht die Kette, die ich brauchte. Oh, Jesus. Bleibt mal hier ruhig stehen. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ach, das ist von... What? Okay, Moment, Moment. Aha, hier ist noch einer. Komm, go, 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 go. Ah, F5. Jesus Christ. Servus. Der Mendel. Oh, da sind wir noch. Okay. Hopp. Schöne Drehung, mein Freund. Bei wem? Ja, ich... Sicher. Vorsicht. Vorsicht. Wow, 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 wow. Motherf... Motherf... Vorsicht. Vorsicht, 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 Vorsicht. Komm, komm, komm. Komm. Ich freue mich in den Kurs. Ja, geht so, Daddy. Ist das alles, was ihr könnt? Ja, ist das nicht genug? Jetzt ist aber... Genug, genug. Genau, es ist genug. Das war ein Kampf, he? Schinken. Bist du ganz erschöpft? Bist du diejenige, die eine Massage braucht? Wenn du möchtest. Was ist denn mit dir da hinten? Ich glaube, du hast nicht mitbekommen, dass... Geh hier zurück. Das hast du absolut recht. Geh noch einen Schritt zurück. Geh noch mehr. Ich hoffe es. Oh mein Gott. Also. Das ist... So, gib mir de Gold. Die Trichung, of course. I don't care. Eine Papierrolle, eine Papierrolle, eine Schreibfeder. Das war's. Bist du mich erschreckt? Der Whirlpool. Naja, zwei Gold. Gut, dass ich das untersucht habe. Ist das wirklich alles jetzt? Wartet. Mora... Jetzt machen wir die gleiche. Okay. Irgendwas habe ich jetzt sicher übersehen, was dann wieder... Community ausrasten lässt. Gott! Gott. Steigen nicht bitte wo rein. Danke. Echt. Wat soll ich sagen, wie in der Tat? Was soll ich sagen? Äh, nyaoom. Nyaoom. Hier. We did it! We did it! We are the champions. Okay, ich höre schon. Zurück zur Abwältsbelohnung abholen. Go, go, go! Gechetto. We are the champions of the world. Wo ist das? Was? Du bist verdächtig. Und? Was ist passiert? Habt ihr Mendi gefunden? Was sieht so aus? Bitter ist das. Keine Bedrohung mehr. Dann ist es endlich vorbei. Belohnung? Was ist mit der Redoran-Wache, die ich euch zur Seite gestellt hatte? Die Noob sind tot. Verdammt! Ich hatte gehofft, unsere Leute mit ihrer Entsendung zu schützen, aber nicht erwartet, Verluste hinnehmen zu müssen. Dass Wendil so tief sinken und diese Mistkerle anheuern würde. Ich bin froh, dass ihr sie erledigt habt. Bitte, bitte, bitte. Wunderbar. Einfach wunderbar. Ratsherr Morwein wird hoch erfreut sein, wenn er das hört. Belohnung. Hallo? Achso. Ich soll dir folgen? Folgt mir. Ich werde euch zum Ratsherrn bringen, damit ihr persönlich mit ihm sprechen könnt. Ich mach mal kurze Fünf und verabschiede mich, okay? Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.